Servus und hallo zu einem neuen Video von Trains in World 4. Gerade eben vor 5 Minuten kam die neue Strecke raus, die auch durch die Schweiz geht. Und die habe ich mir sofort gekauft. Ich habe gerade schon gesehen, es gibt verdammt lange Szenarien. Das erste heißt sogar malerische Aussicht. Und das heißt ja schon einiges. Jetzt habe ich mir gedacht, machen wir irgendein Szenario oder vielleicht doch einen Fahrplan. In eineinhalb Stunden ist halt schon verdammt lang. Aber die Fahrpläne sind halt teilweise genauso lang oder halt viel zu kurz. Dann gibt es heute mal ein etwas längeres Video und wir machen ein Szenario, nämlich die malerische Aussicht. Malerische Aussicht. Ach, jetzt bin ich mal gespannt. Willkommen bei... Aus Pin zu irgendeinem... Ja, okay, egal. Drehen Sie den Generalschlüssel auf Entsperrt. Wo ist denn der Generalschlüssel? Dahinter, ne? Da kommt man jetzt schlecht dran. So. Dann stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Vorwärts. Türen entriegeln. Das sieht ja schon echt professionell aus hier. Türen entriegeln. Wie mache ich das denn hier? Linke Türe öffnen. Ja, das sah richtig aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding aussieht. Ich war noch nie in der Schweiz. Und die Züge kenne ich dementsprechend auch nicht. Sieht aber schön aus. Das Ding ist ja auch, die Bahnen in der Schweiz, zumindest die hier, die fahren ja auch manchmal mitten durch die Orte durch und gehen dann wieder in die Berge hoch. Das ist echt der Hammer. Und wenn ich die Lok schon sehe, das lässt einiges vermuten. Richtig schön im Schnee. Und wenn das Szenario heißt, gute Aussicht, oder wie ist das nochmal, dann erwarte ich einiges. Also das wird sicher cool. Tirehanno. Aber ich sehe gerade, irgendwie kann man auf beiden Seiten aussteigen. Kann das sein? Oder ist das kein Bahnsteig hier, weil hier stehen welche? Kommt man da rüber? Ich meine, die Schweiz ist ja auch was entspannter. Vielleicht kann man da einfach flott übers Gleis huschen. Also, wir steigen mal wieder ein. Also, hinsetzen. Wir gucken jetzt mal, dass wir vorankommen. Denn das Szenario dauert lang genug. So, wie mache ich jetzt beide zu? Türen schließen. Perfekt. Dann haben wir Lampen für innen, falls es Tunnel gibt. Führerstandsbeleuchtung. Sehr gut. Sicherheitssysteme lassen wir mal aus. Ich weiß nicht, wie die funktionieren in der Schweiz. Oh, da kommt der Kollege. Wieso haben die denn Treibstoff hinten dran? Ist das für die Einwohner da oben? Sind zu kalt? Aber auch eine ganz andere Kupplung. Wie funktioniert das hier? Führerbremsventil lösen. Ach, das ist mein Tempomat quasi. Wie die AFB. Das gefällt mir. Okay. Dann geben wir jetzt mal Gas auf 20%. Und wir fahren. Ist das schön. Einfach ein Zug in der Schweiz. Ist das schon die Schweiz? Oder fahren wir da hin? Oder durch? Ich kenne mich nicht so aus, ehrlich gesagt. Ich habe nur gesehen Schweiz und habe direkt gedacht, kaufen. Ähm, ja. Also ich lasse mich einfach mal überraschen. Ist das ein zugefrorener See? Warte mal. Du hast noch nicht geliked und abonniert? Obwohl der Algorithmus das einzige ist, was diesen Kanal am Leben hält? Warum nicht? Dann aber schnell. Das sieht sehr so aus, oder? Ist ja krass. Aber auch, dass diese Züge die Temperaturen aushalten. Meine Güte. Wir haben hinten so ein paar Bimmelbahnwaggons dran. Ist das normal? Man kann hier auch richtig schön nach hinten gucken. Außer man ist so asy und macht die Dinger runter, wie die ganzen in echt immer. Aber ich mache das natürlich nicht. Wahnsinn. Sogar hier mitten in den Bergen haben die Elektro hinbekommen. Nur bei uns fährt die Euregio Bahn mit Diesel. So, da vorne muss ich halten. Also einmal bitte Gas rausnehmen und bremsen. Ach, hier muss ich halten. Hä? Ich dachte, das ist eine Haltestelle. Ach, Aussichtspunkt. Ach so. Da kann ich lange warten. Erlauben Sie den Fahrgästen Fotos zu machen. Ich gucke mal rüber. So. Moin. Ach, hier ist sogar eine Karte auf den Tischen drauf. Ich soll weiterfahren. Ja, lass mich mal kurz gucken. Ich will den Zug mal kurz kennenlernen. Relativ schön hier innen, wie so ein normaler Regionalexpress. Aber ich würde gerne mal in die anderen Waggons reingucken. Aber da komme ich nicht rein, ne? Dann steigen wir mal ganz kurz aus. Dürfen wir zwar nicht, aber mein Gott. So. Also, boah, ist das hier Schnee? Warum stecke ich denn so tief im Boden drin? So, hier will ich kurz rein. Ach, das ist ja cool. Richtiges Panoramaabteil. Jetzt kann ich hier sitzen. Alter, ist das eine Aussicht. Wahnsinn. Tür wieder zu. Jetzt huschen wir schnell wieder rein. Sonst denkt noch jemand, wir wären ausgestiegen. Also, Tür zu. Hinsetzen und wir fahren weiter. Ist das schön hier. Gleich dürfen wir nur noch 35 fahren. Das ist ja langsam. Wahrscheinlich geht das deswegen so lang, das Szenario hier. Auch wieder schön viele Fenster. Wahnsinn. Aha, und hier ist ein richtiger Tunnel. Das ist doch cool. Der ist zwar nicht so lang, aber da sieht man jetzt mal die Lampen. Hier sehen wir den einzigartigen Aussichtspunkt Alpgrün auf 2.091 Metern. Ah ja. Mit Licht auf den Palü-Kletscher und den Piz Palü. Hier eröffnet sich ein herrlicher Blick über das Puschlaf, das Val Poschiamo. In der Ferne spiegelt sich die Wasserfläche des Pusch-Lava-Sees. Das ist ja cool. Einfach mit Ansage, was man sieht. Es ist ja die reinste Sightseeing-Tour. Ist das schön. Gleich in 900 Meter soll ich auch nochmal anhalten. Da ist auch so ein Aussichtspunkt. Boah, ist das der Wahnsinn hier. Krass. Also hier Skifahren oder Klettern oder Bergsteigen, was auch immer man hier macht. Bestimmt der Hammer. Obwohl, ich weiß nicht, Bergsteigen im Sommer ist da nicht auch Schnee bei der Höhe. Aber die Route, lass mal kurz gucken, ist ja komplett geschlängelt. Oh Gott. Gott, das ist ja komplette Serpentin. Aber viel abgestützt hier, ne? Ich denke mal, das ist wirklich gegen Lawinen oder gegen Steinschläge, die von da oben kommen. Also so richtig große Brocken. Würden ja schon stören auf der Schiene, würde ich behaupten. Ah, da vorne ist eine Haltestelle. Das ist der Aussichtspunkt. Das ist ja cool. Dann einmal Gas rausnehmen und langsam bremsen. So, da bin ich. Servus. Warum hält der nicht an? Also die Bremse ist irgendwie ein bisschen weird. Erlauben Sie den vergessen Fotos zu machen? Ja, kein Problem. Ich will auch nochmal gucken. Einmal raus. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Einfach so eine Hütte hier. Und mitten auf den Bergen stehen einfach wir mit dem Zug. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Steigung diese Strecke hat. Bestimmt an manchen Stellen richtig ordentlich. So, jetzt geht's weiter. Einmal... Hoppala. Das war die Pfeife. Bremse lösen. Bremse lösen. Und Gas geben. Boah, jetzt geht's hier neben uns. So was von tief in eine Schlucht. Die ist voll vernebelt. Man sieht gar nichts. Und wie steil. Sieben Prozent steht da, meine ich, ne? Oder? Lese ich das richtig? Das wäre ja richtig viel. Wie kommt der Zug hier wieder hoch? Oder fällt der gar nicht hoch? Ich glaube, der fährt nur runter, oder? Jetzt geht's da wieder durch. Ach, ist das schön. Ach so, ich wollte ja mal gucken, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Haben wir Fernlicht oder so? Ach so, Zugspitzensignale. Maximum. Ja, man sieht auf jeden Fall was, würde ich sagen. Also mehr als beim ICE. Also das haben sie schon mal richtig gemacht. Ist aber auch echt nützlich, diese AFB. Weil die bremst in dem Fall auch sehr viel. Bei dem hoch und runter müsste ich da sehr viel selbst bremsen. Au, es schneit. Oh je. Ich hoffe, das Wetter wird nicht richtig ungemütlich. Sonst ist das mit dem Sightseeing, glaube ich, schnell vorbei. Naja, also Sonne sehe ich keine mehr. Ein bisschen schneien tut's. So, da hinten ist auch ein rotes Signal. Da müssen wir also halten. So, dann halten wir hier mal an. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ist das? Muss ich da halten? Oder erst da ganz hinten? Das weiß ich nicht. Die Signale sehen auch anders aus. Die Beschilderung denke ich mal auch. Das ist gar nicht so einfach. Ach, hier ist der Kollege. Deswegen haben wir wahrscheinlich gewartet. Jetzt ist grün. Umso besser. Dann fahren wir weit. Bremse lösen. Let's go. Eigentlich muss man gar kein Gas geben. Bremse lösen hat gereicht, glaube ich. Wo finden wir denn den Scheibenwischer? Vakuumpumpe? Was will ich denn damit? Ah, hier. Scheibenwischer. Da reicht ja sowas hier. Jo, so lässt es sich aushalten. Ich finde es aber schade, dass keine Sonne mehr da ist. Das sah so cool aus gerade und jetzt alles so dunkel. Der nächste Bahnsteig ist in 6 Kilometer erst. Und mit 30 hier rumschlängeln, das kann schon dauern. Ach, hier vorne ist so eine Art Bahnhof, ne? Warum ist das denn so neblig auf einmal? Meine Güte. Ähm, ja. Sehr viele Gleise, obwohl eigentlich nur eins hinführt. Da kann man auch gut Züge aneinander vorbeifahren lassen oder überholen lassen oder so. Brauchst du ja auch, sonst kannst du ja nur einen fahren lassen. Also ein Zug, ne? Ach Gott, jetzt schneit's richtig. Ach Gott. Ja, da müssen wir mal nachlegen. Jo, das sind schon verdammt große Flocken. Die Scheiben sind auch schon alle weiß. Also diese Bremsen von dem Zug, ne? Die müssen ja echt von dem ganzen Tag 90% nur bremsen. Wie halten die das aus? Was haben die für Bremsverfahren? Haben die welche ohne Reibung oder was? Also, das ist schon echt der Hammer. Und man muss sich immer vor Augen halten, ne? Die Bahn in der Schweiz, die ist sowas von genau pünktlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir in Deutschland kriegen es nicht mal gebacken, dass ein normaler Regionalexpress pünktlich kommt. Und die hier fahren durch Schnee, durch Berge, durch Eis, bei Wind und Wetter. Das sind schon ganz andere Bedingungen. Leute, ich hab mal ne Frage. Und zwar steht da oben ja an einem Ort anhalten. 2,1 Kilometer. Ist das die Strecke Luftlinie? Ich glaub nämlich schon. Weil ich fahr jetzt schon ewig und es wird einfach nicht weniger. Und das könnte an den Serpentinen liegen. Dann zeigt der wirklich Luftlinie an. Das würde mich zwar sehr wundern, weil ich immer dachte, das wäre die Strecke, die ich noch fahren muss. Aber das würde eher hinkommen. In Kürze treffen wir in Poschiavo, dem Hauptort des Tals, ein. Drei Türme prägen das Ortsbild. Die reformierte Barockkirche, das Rathaus und die Stiftskirche San Vitori mit ihrem imposanten romanischen Turm. Von denjenigen Gästen, die hier aussteigen, möchten wir uns verabschieden. Wir danken Ihnen und wünschen einen schönen Aufenthalt in Poschiavo. Das ist ja cool. Ich bin mal gespannt, ob wir da wirklich durch den Ort fahren. Wenn ja, cool, aber mega schade, dass es regnet. Also das hätte ich definitiv nicht gemacht. Wenn man schon so lange Szenario fährt, dann sollte man auch was sehen von der Schönheit des Spiels. Das mag ich sowieso nicht. Viele Szenarien sind immer im Regen und ich verstehe einfach nicht, warum. Da vorne müssen wir anhalten. Dann können wir schon mal wirklich langsam Gas rausnehmen. Und dann ganz entspannt anhalten. Da sind wir alle mit Regenschirm. So, Türen entriegeln, richtig. Wo war das noch? Das war hier. Klick. Kommen sie alle rein. Ich bringe sie nach Tirol. Keine Ahnung mehr, wohin ich fahre. Es kommt ein bisschen die Sonne raus. Kann das sein? Ach nee, doch nicht. Meine Scheinwerfer. Das war offiziell lost. So, nächster Halt. Lago irgendwas Aussichtspunkt. Das hört sich gut an. Also hoffen wir auf gute Aussicht und fahren weiter. Bremsen lösen. Let's go. Oh, hier darf verdammt schnell gefahren werden. Dann machen wir das doch. Aha. Leute, es geht mitten durch den Ort durch. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und dass es jetzt regnet, ärgert mich maßlos. Ohne Witz, das wäre so schön hier. Jetzt mitten durch die Häuser. Und das einfach in der Sonne. Am Tag. Mann, warum kann man denn ein Szenario nicht in schönem Wetter machen? Das würde es in Deutschland ja auch nicht geben. Direkt neben der Straße die Gleise. Ohne Trennung, ohne irgendwas. Aber da haben die Leute halt auch noch Hirn und gehen nicht auf die Gleise. Hier geht es wieder mitten durch die Straßen durch. Ist das der Hammer? Also wenn es jetzt nicht regnen würde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist so jammer schade. Warum machen die so ein tolles Szenario und nicht einfach in der Sonne? In 250 Meter kommt der nächste Aussichtspunkt. So, hier bitte einmal anhalten. Dann können die Fahrgäste wieder ein Bild machen im Regen. Mann, ich könnte mich da so aufregen, ne? So, wir setzen uns jetzt hier hin. Gucken mal raus. Wir stehen mitten im Gebüsch. Toll. Das Thema Aussicht hat sich hier, glaube ich, erledigt. Also, genau. Jetzt fahren wir in die Schleife rein. Ich bin mal gespannt. Hier geht es jetzt einmal so rum. Was sitzt denn in der Mitte? Würde mich interessieren. Irgendwas Besonderes? Ach nee, es geht, glaube ich, darum, dass wir hier runterkommen, ne? Deswegen. Weil das ist so eine coole Brücke hier. Nice. Dann machen wir uns mal bereit zum Anhalten. Und stopp. Jawohl. So, dann können die Leute nochmal gucken. So, dann geht's weiter. Bremsen lösen. Ich glaube, wir sind aber auch bald da. Hier müssen wir nochmal anhalten. Das ist sogar ein Bahnsteig und nicht ein Aussichtspunkt. Und stopp. So, dann Türen öffnen, oder? Nicht? Ja, komm, egal. Das machen wir jetzt. Wäre doch Quatsch, das nicht zu tun. So, genau. Dann macht mal gerne ein Foto, wenn ihr wollt. Kein Problem. Und weiter geht's nach Basilika. So, mittlerweile sind wir wieder ein Stück weiter. Jetzt in Basilika am Aussichtspunkt. Äh, ja, genau. Da ist eine schöne Kirche. Wir sind wieder mitten im Ort. Teilen uns quasi die Straße mit den Autos. Und da halten wir jetzt gleich an. Hier ist Tempo 15. Das ist verdammt langsam. Hier so eine Art Marktplatz. Und dann, äh, ja, macht mal ein Foto. Warum auch immer. Obwohl, doch, die Kirche ist ganz cool. Dann geht es jetzt nach Tirano weiter. Und vorne steht ja auch Tirano dran. Das bedeutet, wir sind da. Und das ist da vorne schon. Erstmal bremsen, lösen. Dann fahren wir da mal hin. Also, da rolle ich quasi in den Bahnsteig. Auch wenn ich gar keinen Bahnsteig sehe. Mal gucken, was draus wird. Ach, da ist ein rotes Signal. Deswegen halten wir an. Okay. Kontaktieren Sie das Stellwerk, um das rote Signal passieren zu dürfen. Alles klar. Klick. Abgelehnt. Ja, danke schön, Digga. Danke. Ja, dann müssen wir warten. Ist das dumm. Die sagen einfach, frag da an. Ich frag da an. Und dann heißt es, nee. Mega. Also, das hatte ich auch noch nicht. Ah, ja. Jetzt geht es weiter. Wunderbar. Dann einmal Gas geben. In 600 Meter kommt Tirano Bahnsteig 4. Da halten wir an. Sehr gut. Wir können bis dahin sogar etwas schneller fahren. Da fahren wir ein in den Endbahnhof. Können da schon mal Gas rausnehmen. Und leicht bremsen. Ehrlich. Da rollen wir rein. Ach, das war eine Fahrt. Ach, das ist sogar ein Sackbahnhof. Na dann sind wir wohl wirklich da. So. Dann Türen entriegeln. Einmal rechts öffnen. Leute, ich hoffe, ihr seid glücklich ans Ziel gekommen. Es schüttet zwar immer noch in Ström, aber dafür kann ich ja nichts. Boah, war das lange, Alter. Eineinhalb Stunden. Ja, also das Szenario hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es nur jammer schade, dass wir im Regen gefahren sind. Am Anfang war es ja noch schön, aber das mit dem Regen verstehe ich gar nicht. Da hätte man so viel mehr sehen können von der Schönheit der Strecke. Also das finde ich war schade, aber sonst schönes Ding. So, Türen schließen. Was Türen entriegeln? War wahrscheinlich ein Schreibfehler von denen. Führer Bremsventil auf volle Leistung. Kombihebel auf null. Und Richtungswender auf aus. Generalschlüssel auch wieder raus. Das machen wir so. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, sehr gerne. Der zeigt seit neuestem jetzt auch an, wo ich zu schnell war. Das sieht ja richtig kacke aus. Es sind halt auch immer nur so ganz kleine Kleinigkeiten und er meckert direkt mit so einem großen Warnsymbol. Meine Güte. Hey, das ist aber krass genau geworden, diese Auswertung. Das war damals nicht. Ich habe trotzdem Platin. Das freut mich. Und wenn ihr mehr sehen wollt von der Strecke aus der Schweiz, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich habe auf jeden Fall Bock. Aber den nächsten fahren wir definitiv nicht im Regen. So, Freunde. Das war es dann leider auch schon wieder mit dem heutigen Video. Über ein Like und ein Abo, vielleicht sogar ein Kommentar, würde ich mich natürlich sehr freuen. Für mich sind so Videos verdammt aufwendig. Und für euch ist das wirklich keine Arbeit. Und es würde mich sehr unterstützen. Auf Instagram dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen. Dem geilsten Discord-Server der Welt könnt ihr natürlich genauso beitreten. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.